Undoing Differences ist sowohl der Name einer Forschergruppe als auch deren Ansatz zur Analyse kultureller Kategorisierungsprozesse. Es wird davon ausgegangen, dass Kategorien wie zum Beispiel das Geschlecht keine unveränderlichen Sorten von Menschen beschreiben. Stattdessen sind sie das Ergebnis einer sozialen Praxis. Es findet also ein Hervorbringen bzw. ein Doing von Differenzen statt. Kategorien können demnach geformt, aufrechterhalten oder abgebaut werden. Außerdem lassen sich Individuen niemals nur mit einer Kategorie beschreiben. Es liegt vielmehr eine Mehrfachzugehörigkeit zu verschiedenen Kategorien vor, die sich gegenseitig überlagern und auch außer Kraft setzen können. Kategorien 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 Kategorien